Ja, willkommen zurück. Wir sind bei der letzten Mission von Rohan. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir werden mit den Rohirrim nur in Rohan kämpfen und mit den Gondor-Leuten nur in Gondor. Also ab einem gewissen Punkt haben wir uns das dann vorgenommen. Und es ist noch eine Rohan-Mission übrig. Anorien. Ich zähle das jetzt schon noch zu Rohan. Bis dahin habe ich irgendwie Rohan gezählt. Kann man auch vielleicht anders sehen. Vielleicht ist es auch offiziell anders. Also wer jetzt Die Harder der Ringe Fan ist. Tut mir leid, falls es nicht so ist. Aber ich wollte es ein bisschen einfach abwechselnd machen, dass man nicht nur Rohirrims benutzt oder nur die Gondoraner. Dachte ich, das wäre nett, wenn es ein bisschen ausgeglichen ist. Weißt du was, wir speichern einfach mal. Ich möchte mal wieder mit allen kämpfen, aber ich möchte nicht wieder alle verlieren. Ich überspeichere einfach mal drei hier. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal mit allen in die Offensive. Und es hat ja in manchen Missionen auch gut geklappt, wenn da keine Schwerkämpfer waren. Hat das erstaunlich gut geklappt. Und es ist eine kleine Map. Von daher könnte es klappen. Zumindest sieht es laut Minimap sehr klein aus. Hier müssen wir ein bisschen Rambazamba machen. Da sind noch mehr Gegner. Jetzt so ein bisschen die Armee der Toten. Wäre schon Next Level eigentlich jetzt an der Stelle. Uiuiui, sind das viele. Ei, ei, ei. Okay, wir kämpfen nicht direkt. Ihr habt mich überredet. Wir werden siegen. Ich bin bereit. Wir werden siegen. Oh, Hirim. Ja. Oh, Hirim. Männer, Rohans. Wir werden uns dort sammeln. Okay. Zack. Zack. Wir werden sie hier vertrauen. Die Stunde ist gekommen. Die Augen offen. Im Pflanz muss bereit werden. Der Stuhl muss alle feiern. Wir werden siegen. So. So könnte ich vielleicht ein bisschen meine Helden leveln. Und gleichzeitig... Äh, einigermaßen verteidigen gegen die... ...gegen die Leute hier. Macht euch Kampfbereit. Hier entlang. Äh, Theoden sieht nicht mehr ganz so fresh aus. Eomer sieht nicht mehr so fresh aus. Oh, Hirim. Wir reißen. Los. Ja. Bleibt wachsab. So. Zack. Vielleicht müsste es auch mal heilen geben hier. Zack. Alter, wie viele Gegner hier ankommen. Also ist schon next level hier. Aber wir haben anscheinend noch niemanden verloren. Hier natürlich auch noch mal ein paar Teile hinbauen. Ah, wohin rasiert. So, sehr schön. Das haben sie einigermaßen in Ruhe gelassen. Irgendwie. Brunnen mal hier hinbauen. Wir werden uns langsam ein bisschen vorwagen. Die Rohirim sind ja ausgerüstet. Also, die können wir jetzt schon beschwören. Du steig mal ab, ey. Wenn es sein muss. Oh, Hirim. Wir dürfen nicht zögern. Hierher. Haltet sie auf. Elende. Oh. Erwin steigt auch bald auf eine Runde. Zack. Nochmal so. Dann können wir hier ein bisschen besser kämpfen. Während unsere Leute heilen. Und leveln. Okay, Leute. Wir haben die Adler. Wir haben die Armee der Toten. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben heilen nochmal. Das sieht so aus wie ein Angriff. Wir haben das Gebiet bereits besetzt. Okay. Hier bitte. Da drauf. Hier könnt ihr jetzt auch mal rauskommen. Und mitkämpfen. Wir sollten irgendwas machen. Der Feind ist runter. Das stimmt. Oh, hab ich euch jetzt gerade eingesperrt? Das Tor war anscheinend offen. Wir haben sie niedergelaufen. Das ist das Lager des Feindes. Okay. Zack. Wir werden aber noch von jeder Seite quasi angegriffen. Mal schauen, ob da noch ein Level ist, wollte ich gerade sagen. Ein Gegner. Ja. Hier ist noch ein großes Lager. Armee der Toten. Hier reitet man hier hoch. Guck. Die Armee der Toten ist für Gegner. Der absolute Albtraum. Hier ist dieser Berg-Troll. Wenn ich da mal draufgehe. Wups. Seine Bar wurde nicht irgendwie klein gemacht, sondern wurde einfach gelöscht. Gelöscht. Okay. So. Das hätten wir. Da scheint es noch mehr zu geben. Bleibt mal da. Ein Trupp bleibt mal da. Genau. Kampfbereit. Wir haben das Lager des Feindes. Wir werden angegriffen. Reitet ihr alle nieder. Reiter der Macht. Sannet euch Jäger. So. Zack. Reitet sie nieder. Hier bitte hier runter. Menschen der Ritter macht. Jagt sie aus diesem Land. Durchbohrt sie mit unseren Spielen. Die hat es mal wieder komplett zerlegt. Die wo hier rieben. Das ist unglaublich. Die können eigentlich gar nichts. Das ist das Lager des Feindes. Unsere Truppen werden angegriffen. Haltet eure Stellungen. So, rein mit dir. Das ist eigentlich Mary. Ja. Wir sollten noch mal ein paar Truppen nachbauen. Ich habe doch nicht mal ein Stall gebaut. Na gut. Dann machen wir das mal. So, Leute. Okay. Ei, ei, ei. Jetzt haben wir ein paar Leute verloren. Aber es war ja auch die letzte Runde, die wir mit Rohan gespielt haben. Also von daher. Wie gesagt, Gondor ist irgendwie mein... Das mag ich lieber als Volk. Ich habe gesehen davon, dass die Bogenschützen irgendwie OP sind. Vielleicht auch ein Grund. Erst mal runtergehen. Nicht, dass ich wieder wegdrücke hier. Aber jetzt nur noch Sieg. Nicht Sieg gesamt. Vielleicht kommt Sieg gesamt. Ist das vielleicht auch schlecht übersetzt von Total Victory? Wenn man es auch von Englisch übersetzt irgendwie. Dass es irgendwie besonders toll sein soll. Auch mal Ostfold-MVP lebt noch. Sehr schön. Annorien verteidigt. Sehr gut. Dann noch zwei Kampagnen Gondor und dann auf zum Schwarzen Tor. Also bis gleich. Dranbleiben.